Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom S-Ton-Podcast. Heute mit Magdalena. Wir haben einen Gast aus Tschechien. Aus Tschechien, ja. Ja. Wir kommen gleich zu dir und ständig gleich vor. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu unserem neuen Programm sagen, das wir jetzt auch für euch kreieren gerade. Mit diesem Podcast quasi und der letzten Folge von Kinder und Heilige, wo wir mit Maria Himmelfahrt geredet haben, geht es bei uns so eine neue Runde. Wir hatten ja das Studio in Pettstadt. Wir haben ganz viele Impulse gehabt. Wir haben die Gottesdienste gestreamt und haben das ein oder andere Projekt gemacht. Jetzt haben wir das Ganze wirklich mit unserem Studio in Frensdorf ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Wir haben das Ganze jetzt als Jugendprojekt konzipiert, haben uns auch umbenannt. Wir heißen jetzt Steigerwald Online, weil wir sagen, es geht um den ganzen Seelzeugebereich Steigerwald. Wir haben ganz viele neue Formate, unter anderem diesen S-Ton-Podcast, wo wir heute mit Magdalena sprechen, wo wir sehr stolz darüber sind. Dann haben wir übernächste Woche gleich nochmal mit Sonja Hauptmann einen tollen Podcast für euch schon vorbereitet. Es kommt demnächst ein Video mit dem heiligen Georg, auch wieder Kinder und Heilige. Das Ministranten- und Ministrantinnen-Magazin wird demnächst online gehen. Wir haben wieder Impulse aufgenommen. Das heißt, vieles bleibt ein bisschen so, wie es war. Und doch wird alles ganz anders. Wir haben auch das Corporate Design ein bisschen überarbeitet. Das Colt schaut jetzt anders aus. Die Schriftart ist die gleiche, nur die Farben sind jetzt auch anders und ein bisschen bunter. Und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß mit unserem neuen Sendekonzept habt, wie ihr es mit dem alten hattet. Bleibt uns treu. Und jetzt geht es eben los mit unserem S-Ton-Podcast diese Woche mit Magdalena. Vielleicht magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen, wieso du hier bist. Ja, also ich bin die Magdalena. Ich bin 16 Jahre alt und bin hier für eine Woche zu Besuch. Und genau, ich bin aus Tschechien und bin zweisprachig aufgewachsen. Deswegen sprichst du wahrscheinlich auch so gut. Ja, das ist schon gut. Also ich finde das persönlich sehr, sehr gut, denn ich glaube, ich kann überhaupt kein Tschechisch. Ja, das mache ich. Ja, also kann so Ahoi und das ist so billig. Weißt du, wenn du das irgendwie so am Anfang sagen würdest? Das ist so, wow. So, du kannst ein Wort und jetzt sagst du, du kannst die Sprache. Du bist eine katholische Christin und das ist in Tschechien ziemlich selten. Warum ist das so? Also es ist vor allem wegen dem Kommunismus so, weil es ist ja wirklich schon 30 Jahre her, aber ja, das hat einfach gewirkt und deswegen ist es, wie gesagt, relativ selten sozusagen Christ zu sein oder so. Also es ist auf jeden Fall ein großer Unterschied zu Deutschland. Wir haben ja dasselbe Prinzip, also dasselbe Problem, wenn man Problem sagen möchte, haben wir auch drüben in den neuen Bundesländern. Also da gibt es ja dann auch Leute, die aus der DDR rausgegangen sind und der Glaube da drüben ist ganz anders als in den alten westlichen Bundesländern. Gibt es dann in Tschechien auch so etwas wie Jugendweihe und solche alten Sachen, die es so in dem Sozialismus gab? Nee, also Jugendweihe oder sowas, das habe ich zum ersten Mal auch jetzt neulich gehört. Also nee, sowas gibt es eigentlich gar nicht oder nee, eigentlich gar nicht, nee. Gibt es dann irgendwie so einen Brauch, dass Jugendliche ins Erwachsenenalter kommen oder gibt es da irgendwie so einen Ritus? Nee, also auf jeden Fall nicht vom Staat her oder sozusagen, wenn man atheistisch ist, dann halt gut, wenn man 18 ist, ist es halt mal erwachsen, aber sonst nicht. Was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied von deutschen katholischen Christen und Christinnen, also vielleicht auch jugendliche Christen und Christinnen, zu Jugendlichen in Tschechien? Also was ist so der größte Unterschied? Also das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, oder was ich mir vorstelle, ich kenne ja mehr das Tschechische als das Deutsche, aber ich glaube halt, dass wirklich, wenn in Tschechien jemand einfach in die Kirche geht oder so, dann meint er es wirklich ernst oder er hat irgendwie den meisten persönlichen Bezug dazu oder so. Und ja, aber sonst, also ich weiß es auch nicht, ob da jetzt so große Unterschiede sind. Also es ist, ja, keine Ahnung, ich glaube, da ist jetzt kein großer Unterschied sonst. Aber man wächst ja nicht so mit dem Glauben auf dann, oder? Also ich weiß nicht, wie viel Prozent sind das, 10 Prozent, die überhaupt christlich sind? Also 10 Prozent kommt mir fast ein bisschen viel vor, aber vielleicht ist es, also vielleicht 10, sowas. Aber teilt ja nochmal auf, so in andere Konfessionen und katholisch, genau. Aber wir haben ja zum Beispiel Religionsunterricht. Also bei uns wächst du halt ganz normal mit dem Glauben auf. Zumindest hier in Bayern oder in anderen Bundesländern. Da gehst du dann, du wirst dann getauft, dann gehst du hier in die Schule, gehst vielleicht noch in den evangelischen, katholischen Kindergarten, die gibt es ja bei uns auch. Das sind die meisten Kindergärten, die sind evangelisch, katholisch. Und der Glaube ist ja auch hier so in der, ähm... So in der Kultur dran. Richtig, das ist kulturell, ne? Ja, also wir haben ja praktisch auch überall am Wegesand, sind Marienstatuen, sind Kruzifixe zu sehen. Das hast du ja da drüben gar nicht, ne? Also es ist ja hier schon... Ja, also auf dem Dorf oder so ist es schon öfters auch ein Kruzifix oder so, aber sonst zum Beispiel Religionsunterricht ist es nicht. Also wenn es eine staatliche Schule ist, dann gibt es das nicht. Und so Wertevermittlung oder sowas ist dann halt, ähm, ja sowas ähnliches wie Ethik oder so, also Soziologie, Philosophie, Psychologie und sowas halt. Aber, ähm, also auf christlichen, es gibt christliche Schulen, obwohl die auch relativ selten sind und da ist halt dann Religionsunterricht. Aber sonst gibt es den nicht. Warst du auf einer christlichen Schule? Ja. Also vier Jahre lang halt, das Schulsystem ist ja bei uns ein bisschen anders, aber, ähm, halt von der fünften bis zur neunten Klasse. Fünften bis neunten Klasse? Okay. Und danach dann? Also sechste bis neunte, genau, ja. Okay. Und danach warst du auf einer, oder? Äh, jetzt gehe ich auf eine, auf ein Gymnasium, aber es ist ein staatliches Gymnasium. Okay, und dann gibt es dann wieder keine Religionsunterricht? Genau. Und da bist du wahrscheinlich jetzt alleine, oder? Also jetzt von, wer als, ähm, Christen oder so. Also wir sind zwei von 30 Leuten. Okay, okay. Und, äh, manche, bei manchen weiß ich es auch nicht, aber, ähm, ja, also zum Beispiel da sind auch relativ viele Lehrer. Also das sind auch dann, weiß ich nicht, fünf, sechs, die irgendwie Christen sind, aber das ist schon, also überdurchschnittlich viel sozusagen. Ähm, wieso glaubst du, ähm, ist, ist der Glaube da, also, ich meine, das sozialistische Staatssystem ist jetzt auch schon 30 Jahre eigentlich weg. Ähm, wieso glaubst du, konnten die Leute nie mehr irgendwie so zum Glauben finden? Also ich meine, es war nicht mehr verboten, die Leute hätten es machen können. Wieso glaubst du, haben die Leute einfach nie mehr zum Glauben gefunden? Also was war so der, der, der Grund dafür? Also ich glaube, bei den Leuten, die halt nicht mehr irgendwie zum Glauben gefunden haben, war es vor allem, dass der wahrscheinlich, der Glaube auch vorher, jetzt vielleicht nicht so tiefer, aber eben auch vielleicht so ein bisschen das Kulturelle oder so. Und, ähm, ja, also dass man halt, äh, dann dachte, ja, warum, also warum sollte ich jetzt in die Kirche gehen? Was bringt mir das? Oder ich brauche nicht Gott, ich komme allein klar sozusagen. So glaube ich halt. Was ja bei uns heute auch ist, ne? Also wir haben das ja heute auch, wir haben immer mehr Austritt aus den Kirchen. Dann gibt es ja immer Leute, die sagen, ich glaube, aber ich möchte nicht in der Kirche angehören, so. Und ich glaube schon, aber eher so spirituell und nicht so, nicht so mit Gott und weiß ich nicht. Und die Leute sagen ja auch heute irgendwie viel mehr, ähm, das hast du im Vorgespräch schon mal ganz, ganz passend auch gesagt, wo du auch gesagt hast, so ein bisschen, ähm, dass die Leute ja mehr so an sich selbst glauben und dieses, diese Glaubenswelt gar nicht mehr so reinpasst. In Deutschland bekommen die Kirchen ja auch durch diese ganzen Kirchenstaatsverträge, durch die Kongredate, bekommen die Kirchen ja auch wirklich Geld, ne? Ja. Auch von staatlicher Seite. Das ist in der Tscheche, glaube ich, überhaupt nicht so, oder? Ne, also das, äh, vom Staat bekommen die, glaube ich, gar kein Geld eigentlich. Und es gibt auch keine, wie gesagt, es gibt auch keine Kirchensteuer. Also, genau. Wie ist dann der Zustand der Kirchen? Ähm, also keine Ahnung, ich glaube nicht jetzt so super, aber jetzt finanziell gesehen, ähm, ja, ich glaube, die sind jetzt nicht unbedingt reich, aber, ähm... Ich meine, die Kirchengebäude an sich, weil zum Beispiel, ich war letztens in Mailand und noch nicht mal in Italien gibt es quasi so diese großen monströsen Förderungen, äh, Förderungen vom Staat, aber auch die Kirche hat nicht so viel Mittel, dass sie ihre Kirchen renovieren können. Und da war ich, gut, das ist jetzt schon echt viele Jahre her, da war ich in Mailand Deutschland und dann, dann siehst du so eine O2 oder Vodafone-Werbung auf dem Mailander Dom, so, also wirklich so diesen Dinger und denkst dir, wow, das ist der Mailander Dom, so, warum hat der so eine Werbung? Und wie ist das in Tschechien, also bei großen Kirchen, wird das irgendwie staatlich noch finanziert oder muss das die Kirche selbst machen und kann es eigentlich gar nicht so richtig? Also, ehrlich gesagt, habe ich da überhaupt keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, ähm, ähm, wenn das halt irgendwie auch ein als Gebäude ist oder, wie gesagt, ein Dom oder so, ist es halt auch als, ähm, ja, irgendwie, weiß nicht, in Prag oder so, dass es von dem Staat halt unterstützt wird, weil das ja irgendwie auch ein Merkmalsspiel von Prag ist oder sowas. So, die goldene Stadt, ne? Ja, sowas, aber ehrlich gesagt, weiß ich echt nicht, also wie es finanziert wird oder... Wir haben ja in Deutschland und, also, das ist ja, wir haben ja wirklich, glaube ich, hier für katholische Kinder und Jugendliche wirklich so ein kleines Paradies, ne? Wir haben ein riesiges Verbandswesen mit ganz vielen Jugendlichen. BDK wird irgendwie knapp 800.000 erreichte Mitglieder. Ähm, habt ihr sowas Ähnliches in Tschechien auch? Also, habt ihr irgendwie Organisationsformen für Kinder und Jugendliche? Also, wo man Mitglied werden kann, wo man irgendwie den Glauben mit anderen Jugendlichen leben kann, also außerhalb der normalen Gottesdienste in der Kirchen? Also, ich glaube, wir haben jetzt nicht irgendwie so ein großes Netz oder, also, ich glaube halt, die, ähm, die verschiedenen Gemeinden haben, aber es ist auch sehr... Also, es ist, zum Beispiel, bei uns wird da jetzt nicht so viel angeboten für Jugendliche. Ähm, das muss halt immer, also, von den Fahrern kommt da jetzt nicht so viel und das muss halt immer jemand selber dann halt initiieren. Also, zum Beispiel, meine Mama macht eben auch so, ja, so Religionsunterricht für Jugendliche oder sowas in der Art. Und in Prag gibt es das auf jeden Fall mehr, aber ich glaube nicht, dass es jetzt da so ein großes Netz gibt oder so. Und gibt es sowas wie, wie Pfadfinder? Gibt es sowas ganze Gruppen, Jugendgruppen, in denen man gehen kann? Ja, also auf jeden Fall, so Pfadfinder ist auch relativ, glaube ich, groß in Tschechien. Ähm, und es stimmt, dass Pfadfinder so ein bisschen, äh, von der Art her, glaube ich, auch zum Beispiel, so Wertevermittlung oder sowas sehr ähnlich ist wie im Christentum. Und, ähm, gerade die Pfadfinder, wo ich auch hingehe, die sind eben wirklich dann christliche Pfadfinder. Und, ähm, da haben wir dann auch, weiß nicht, Gebete oder so, ähm, Meditative, ja, oder halt auch auf dem Lager oder auf so einem Camp, ähm, so ein Programm auch für die Kinder und für die Jugendlichen und sowas. Also, es gibt es schon, aber das ist jetzt nicht so oft und auch nicht alle Pfadfinder sind christlich, also. Was ich ja cool finde bei den Pfadfindern ist ja eigentlich, dass, ähm, dass ja die Pfadfinder, auch wenn sie nicht christlich sind, oder wenn sie christlich sind, dass sie alle so dieses Pfadfinderische haben, ne, so dieses Powell-Nachempfinden so. Und, ähm, versteht ihr euch dann mit den anderen Pfadfindergruppen aus, aus, ähm, aus der Tschechien gut, oder ist das ein komisches Miteinander, wenn ihr euch trefft mal mit anderen? Also, ich glaube eigentlich, dass man sich so ganz gut versteht. Ich bin da ehrlich gesagt nicht so oft mitgefahren, jetzt wenn es irgendwie andere Treffen gab oder so. Aber ich glaube, ähm, dass es halt doch recht ähnlich ist, also so von den Prinzipien her oder so. Deswegen, glaube ich, versteht man sich da eigentlich ganz gut. Okay, cool. Also, das ist eben, glaube ich, auch was, wo Leute dann zusammenkommen können, ne, wo dann Leute merken, hey, auch wenn ich glaube, bin ich halt trotzdem ein ganz normaler Jugendlicher, bin ein normaler Pfadfinder, den jetzt in deinem Fall, oder was, ne. Ja, das finde ich eigentlich auch spannend. Wenn in einem Land so ganz wenige nur so auch in einer Konfession, in einer Glaubensgemeinschaft sind, dann hat das meistens so ein bisschen den, ähm, äh, den Output, dass die Menschen dann immer so gefestigte im Glauben sind. Und manchmal auch so ein bisschen, dass, dass man ganz, dass man konservativer, ich meine, konservativ ist jetzt nicht negativ für mich per se, sondern, ich sage einfach, dass man, man will mehr erhalten, man will mehr, ähm, auch für sich diese Rolle spüren. Ja. Wie würdest du das sehen in, in, in Tschechien? Also, ich glaube, dass Tschechien auf jeden Fall konservativer ist als Deutschland. Also, auf jeden Fall. Ähm, es ist auch, glaube ich, ein großer Unterschied zwischen älterer Generation und jüngerer Generation und, ähm, ja, wie man halt aufgewachsen ist. Aber ich weiß, dass zum Beispiel eben, als ich auf die christliche Schule gegangen bin, ähm, ich schon gemerkt habe, dass so manche Ansichten doch anders sind jetzt, als ich sie hätte, weil wir auch, ja, ähm, meine Eltern jetzt eher dann, äh, in sowas liberaler sind. Ähm, also ich, ist schon auf jeden Fall konservativer als, ähm, als in Deutschland. Wie sowas ganz ja für Ansichten? Ähm, ja, weiß ich, spüle Homosexuelle oder, oder wie wir gerade schon mit der Kommunion oder sowas, ähm, das ist schon noch anders als in Deutschland. Oder so ein bisschen vielleicht doch, also, auf jeden Fall konservativer. Ist ja auch interessant, ne? Polen ist ja auch so durch diese Zeit gekommen und ist ja auch heute eins der konservativ-katholischsten Länder, die wir, glaube ich, haben, ne? Also die, die, ähm, ich glaube, die haben das auch irgendwie so. Ich glaube, so ist der Glaube wahrscheinlich überlebt. Ja, aber ich glaube, Polen ist noch konservativer als jetzt in Tschechien, ja. Wenn ihr so, wenn du so die Kirche vergleichst, wenn man in die Kirche geht, wo würdest du sagen, sind so die größten Unterschiede? Also, jetzt von Deutschland und Tschechien? Ja, genau, genau, genau. Ähm, gut, zum Beispiel jetzt in der Kommunion, also sozusagen Hand-Kommion und Mund-Kommion, das, ähm, finde ich, ein relativ großer Unterschied. Und, ähm, vielleicht auch zu spülen, das ist so eine Kleinigkeit, aber zu spülen die Lieder. Also die sind, in Deutschland wird das viel öfters zum Beispiel erneuert oder so und bei uns sind die schon ewig alt und vielleicht ein bisschen auch veraltet oder so. Ähm, und was wir auch mit dem Hinstellen, Hinknien oder Verbeugen oder so, ist, glaube ich, auch bei uns mehr, also mit mehr Hinknien oder mehr Verbeugen oder sowas. Aber... Musstet ihr immer beichten vor der Kommunion? Ja, nicht jedes Mal. Also ich weiß nicht genau, wie die, sozusagen, offiziellen Regeln sind oder so. Ähm, aber zu spülen, das stimmt eigentlich. Beichte ist, finde ich, auch, na, also, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Oh, kaum noch. Also kaum noch. Ja, also es ist bei uns doch eine relativ, also übliche Sache, sozusagen. Was ich eigentlich auch schön finde. Oder, ähm, wenn wir sozusagen von Gott das Angebot bekommen, ähm, halt, dass uns alle Sünden, ähm... Vergeben werden. Genau, danke, vergeben werden. Ähm, finde ich das eigentlich schön, dass sozusagen, dass man halt zu Beichte gehen kann. Ja, wenn man ja auch bereit ist. Äh, seine Fehler einzugestehen. Ja, klar. Das ist ja auch das Schöne, ne? Also ich meine, das ist ja, glaube ich, auch für den Menschen, die Buße ist ja nichts, was du kostenlos bekommst, sondern du bist ja bereit, dich zu verändern, ne? Und dann sagt Gott eben, ja, wenn du bereit bist, dann, hier, hier ist meine Hand. Nimm sie doch. So. Und, ähm, nee, auch total spannend. Und auch, dass das auch niemand mehr bei uns macht. Ich hab tatsächlich, ich hab zwei Beichtväter, witzigerweise. Und ich bin, äh, auf so Jugendveranstaltungen meistens so, ähm, alleinernd irgendwie. Da beichtet sonst niemand. Und dann, dann schauen die die auch immer so an. Beichten? Ja? Jetzt? Ja? Äh, das ist schon spannend. Also das ist mir auch aufgefallen, dass das sowas ist, was bei uns... Und das ist auch irgendwie so in den Witzen, ne? Da gibt's im Beichten ja auch immer so dieses, ja, dann musst du das einfach nur erzählen und fertig. Und, ähm, was ich tatsächlich aber auch ein bisschen, das ist sowas, ähm, was mir aufgefallen ist, bei den Beichten auch, ähm, ich weiß nicht, du hast ja gerade gesagt, dass das alles so ein bisschen starrer auch ist in Tschechien mit, ähm, äh, Regeln und so weiter. Dann ist dieses Beichtgespräch wahrscheinlich wirklich auch so meine letzte Beichte war und dann musst du es, äh, also wahrscheinlich schon so, wie es halt... Ja, also wie es halt so in den Regeln steht oder so. Aber es ist, es kommt immer bei solchen Sachen einfach auf die Menschen drauf an. Also immer ist es wirklich bei Fahnen völlig, also hatte ich, habe ich auch völlig verschiedene Erfahrungen gemacht. Also, ähm, jemand ist da auch so, ja, also musst du jetzt nicht sagen oder ist halt so völlig entspannt und so. Und manches ist halt so ein bisschen, da sitzt man dann so so und ist so ein bisschen, ja, okay, ähm, und ist da so... Ich zähle jetzt mal auf. Ja, genau, ist da so dann ganz klein, aber, ähm, das ist wirklich sehr, sehr verschieden. Okay. Ja, das ist bei uns ja auch so, ne? Es gibt ja bei uns vor der Die sind dann so ein Gespräch und dann ist es so ein bisschen diese Atmosphäre und ich glaube auch, dass das so ein bisschen die Ehr... Also, meiner Meinung nach ist es so ein bisschen auch die Ehrlichkeit der Atmosphäre, weil da kann ich dann wirklich so für mich sagen, okay, was war's, ne? Lass uns mal das auf den Tisch legen. Lass mir auch die Möglichkeit, dass ich das machen kann, nicht unbedingt nur nach Lehrbuch. Also, ich finde das, äh, das muss ich sagen, finde ich auch wirklich spannend, äh, auch wirklich, äh, dass man dann sagt, wenn wir schon so wenige sind, dann lass es uns auch wirklich leben. Aber, was ich noch fragen wollte, ähm, bei uns gibt's ganz viele, die gehen nur noch zu Weihnachten in die Kirche. Ostern ganz selten. Ja. Ostern ist ja gar nicht mehr irgendwie, dass man in die Kirche gehen sollt, also schon noch in den Gemeinden, klar, dass in den Kirchen auch voll und so, aber jetzt so in den Medien oder in den Filmen gehen die Leute eigentlich nur noch zu Weihnachten in die Kirche. Wie ist das denn in Tschechien? Weil wir haben ja gerade gesagt, wie wenig Leute da noch an Gott glauben. Kann man Weihnachten, das ist meine, kann man Weihnachten so ganz ohne, also ich weiß, dass wir hier auch Weihnachten ohne Jesus feiern können, augenscheinlich, mit einem Weihnachtsmann halt und irgendwie kitsch. Kann man Weihnachten ohne Jesus feiern? Ich weiß nicht, wie es in Tschechien gemacht wird. Ja, also in Tschechien ist es, ähm, halt sozusagen das Jesulein, das bringt auch die Geschenke. Deswegen ist es halt doch mit Jesus, ähm, aber es ist nicht wirklich der Jesus, den wir vielleicht so sozusagen aus der Kirche kennen, es ist halt sozusagen halt so ein Baby, das halt sozusagen, äh, das Jesulein, das die Geschenke bringt, aber, ähm, und das ist auch relativ Tradition, dass man an Weihnachten in die Kirche geht, also am 24. sozusagen dann abends in die Kirche zu gehen, ist eigentlich recht üblich. Aber, ähm, an Ostern, da weiß man gar nicht mehr, warum man Ostern feiert oder warum sozusagen, worum es da eigentlich geht. Ja, geht das Ostern. Ja, eben, genau. Ja, aber, also, also, das finde ich halt schon wieder witzig. Also, die Leute können quasi die Religion vollkommen aus dem Leben steigen und ein ganzer Staat kann sagen, wir bauen uns ohne die Religion auf, alles cool. Aber dann zu Weihnachten muss das Jesus halt, durch das Kind, die Geschenke bringen, weil man hat halt keine andere Figur. Ist der Weihnachtsmann stark, verzehnt? Ähm, nee, also ich glaube eigentlich nicht so doll. Also einfach das Jesulein ist so klar einfach, auch die Kinder schreiben nicht an Weihnachtsmann einen Brief oder so, was ich mir wünsche, aber halt an das Jesulein. Weihnachten ohne Weihnachtsmann? Ja, also ich... Coolsartig. Also wirklich, das Jesulein bringt die Geschenke und alles und... Das finde ich fantastisch. Also, wenn wirklich mal Weihnachten ohne Weihnachtsmann, muss man nach Tschechien kommen. Ja. Aber habt ihr an diesem ganzen anderen Kitsch, habt ihr so Weihnachtsmärkte oder... Ja, das ist doch, also relativ viel. Also so genau Weihnachtsmärkte. Was machen die Menschen an den Christbaum? Ja, ja, also am meisten so diese, ja, diese typischen Kugeln, so, ähm, so Glitzerkugeln und sowas und Lichter und so. Lametta. Genau, genau, auch. Also das ist dann schon irgendwie so dieses amerikanische Angehaufte. Ja, eher schon, ja. Okay. Wie, ähm, wir schneiden das alles nach, sondern... Ähm, ich würde es nur eine gute Schlussfrage aus dem Ganzen... Wir sind am Ende. Gut, ne? Ja. Was auch lang, glaube ich. Ähm. Wenn du die, äh, Kirchen in beiden Ländern vergleichst, was würdest du sagen, ist das beste an der Kirche in Tschechien und was würdest du sagen, ist das beste an der Kirche in Deutschland? Also was du jetzt so... Ja. Nur deine Erfahrung, ja, es ist jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie komplett irgendwie so voll die analytische Antwort sein muss, sondern eher so, was würdest du sagen, jetzt schaust drauf und sagst, beste, beste. Mhm. Also in Tschechien auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe einfach, dass es die Leute ernst meinen. Dass einfach die irgendwie einen persönlichen Glauben haben und dass sie es einfach ernst meinen. Wo ich halt in Deutschland manchmal das Gefühl habe, dass es halt, oder vor allem in beiden ist es halt auch dadurch, dass es so kulturell auch irgendwie dazugehört, dass es dann, finde ich, nicht immer so sein muss. Oder ist so meine Empfinden. Und, ähm, in Deutschland, also ich kann halt es ein bisschen schlecht vergleichen, weil ich das Tschechisch einfach viel mehr kenne. Ähm, also in Deutschland gefällt mir, dass es vielleicht ein bisschen moderner gestaltet ist oder dass es, ähm, dass man versucht, es halt irgendwie zeitnah zu machen und, ähm, dass es halt nicht so konservativ ist in manchen Dingen. Wow. Zumindest weniger als in Tschechien. Wobei, ich glaube, man findet auf beiden Seiten die Kritikpunkte. Ich finde das total cool. Ich glaube, das ist eine sehr angenehme Wahrnehmung auch. Und es gibt ja auch in Deutschland die Leute, die sagen, wir sind viel zu modern, deswegen verlieren wir alle Gläubigen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir sind viel zu altmodisch, deswegen gehen alle weg und am Ende des Tages weiß niemand, was es richtig ist. Und ich glaube, wir können in Deutschland wirklich vor sein, wenn wir darüber geredet haben, dass wir in Deutschland so diesen Glauben auch haben. Und, äh, eine Frage habe ich noch tatsächlich, eine ganz, ganz kurze. Hat die Kirche in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf die Politik in Tschechien? Ähm, nee. Beispiel einen, ähm, christlichen Sender sozusagen, ähm, im Fernsehen. Aber sonst, also so politisch, glaube ich, hat da die Kirche so ein bisschen gar nichts zu sagen oder so. Ist ja auch schwierig bei uns in Deutschland tatsächlich, weil Kirche und, äh, also Religion und Staat sind ja eigentlich zu trennen. Aber da halt irgendwie nicht so ganz. Ja. Spannend. Ist ja auch spannend zu hören, aber wie es dann ist, äh, tatsächlich, wenn man so von Ländern hört, die so komplett unterschiedlich aus sind. Ne, ne, bei uns, wir haben ja zum Beispiel den Ministerpräsidenten Söder und der hat ja die Kreuze wieder angehängt in den Staats, äh, ähm, Gebäuden. Ja. Total faszinierend, ne, und dann hörst du das und denkst dir, das ist schon echt eine ganz andere Welt, äh, wie man auch den Glauben und, äh, den leben kann. Ich glaube, wenn ihr sagt, es wäre cool, wenn wir noch mehr so, ähm, aus anderen Ländern was hören würden und wie da der Glaube gelebt wird, dann dürft ihr uns das gerne sagen, ähm, schreibt uns dann einen Kommentar, äh, abonniert den Kanal, der ist auf jeden Fall sehr gut und, äh, schaut einfach unsere weiteren Sachen an, ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Arbeitstag, eine schöne, gute Nacht, wenn ihr nicht schon eingeschlafen habt und, ähm, folgt uns weiterhin, äh, bis die Tage. Wie sagt man auf Tschechisch Tschüss? Ähm, Ahoi, kann man auch sagen. Echt? Mhm. Wow. Gibt beides. Ist wie Servus bei uns. Ja. Cool. Ja.